so da sind wir wieder bei einer neuen folge vom welcome to paradise so bei der letzten folge haben wir eigentlich mal geschafft die kate in der kate region zu erreichen beziehungsweise so mega hop erreichen aber dafür haben wir zu wenig kleidung die kleidung die wir jetzt haben ist nicht warm genug wie wir jetzt sagen wir mal uns halt schützt genug jetzt muss ich jetzt jetzt muss jetzt mal aus ausrüsten mal jetzt aber erstmal alles rüber was ich halt nicht mehr brauche oder gar nicht brauch aber das muss ich jetzt mal schauen das heißt 25 kann ja viel heißen selbst mal auf die schnelle jetzt schauen wir mal da kommen wir erst mal schnell äh so komm mit mal ein gigant hui da jetzt gehe ich mal runter gut da haben wir auch die seite jetzt muss man runter also die graue gefällt mir sehr jetzt muss wieder hoch jetzt kommt er ordentlich aber schon baldzeitig so jetzt muss ich wieder hoch gehen pein da 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 da! Gut, jetzt also eine dritte Welle. Was liegt denn da hier rum? Da ist eine Bombe. Alles geht eigentlich. Gut. Halte sind noch kein einziges Schaden mit meinem Unterschlupf. Gut. 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 Der Bauplan. Das ist wunderschön. Oh, 44. Das ist auch ziemlich gut. 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 Wir versuchen jetzt wieder mal. Wieder das Schild. Schauen wir mal wie weit mit den Kälte wir aushalten können. Uh. Uh. Aber wir sind immer noch nicht gut genug mit dem Kälte. Gasfeuer. wird eigentlich nur schulterpanzung links bein effekt da fehlt mir das fehlt mir noch linke arm diese rechte arm habe ich zweimal linke arm überhaupt das ist sehr wunderschön da kann ich jetzt das ist gar nicht so auswählen kann in effekt das habe ich mir fehlt eigentlich schulterpanzer linke bein das ist wirklich der einzigste grad es ist wirklich der einzigste was auch jetzt überhaupt aber wir geben es weiter ab das heiße gebiet ist mir eigentlich egal oh ja twinkle 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 ab dafür kann ich auch hier mal ein bisschen abchecken das machen wir auch da genug sind wir ja kann ich auch da hier zack 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 ab das machen wir so aber mir wird trotzdem ein gegenstand ist der rechte schienbein aber jetzt sieht der cool aus ja draufhierne richtige richtung gut drinnen laufen wir mal drinnen laufen wir mal drinnen laufen wir mal drinnen laufen wir mal drinnen rückräume kein ziel trombies dauernd der weniger schrott so schauen wir mal wie hier so weitergeht ok hier ist nichts auch so paar chilis auch wieder chilis falsche taste metallträger das war's meine freunde kommt chili aber wir brauchen eh so das wasser wenn das wieder ax führt Ah. Okay, muss ich nur... Was macht denn der? Oh. Mal schon eine Fassade selber hier verbrückt. aber das ist nämlich gut wenn ich schon teilweise selber alles erledigen kann noch ein törtchen oben aber hier sind nicht gute und ein lege aktivieren es ich bin jetzt hier durch ein paar miete noch spucken kann oder ein namer 3 müssen immer noch ko oben auch gleich bald dort ganz alleine das nur noch am rackern der typ aber ich will wissen wie ich den letzten gegenstand holen muss dass ich jetzt schön gemütig in das schniegebiet gehen kann ok da ist nichts jetzt muss ich mal schauen so dann schauen wir mal um eine lage prallengebiet da war man ja aber dieses gebiet hier gefällt mir sehr mit Musik blaues lager so 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 da werden immer gespawnt da kann ich leider nix hin machen ok das ist das gleiche gebiet da wollen wir zwei drüber schade was was nur so eine mine ah verdammt da was da nichts ist jetzt jetzt hat er besoffen oder was orangen gelager aus da waren wir auch noch nicht fehlende orange schlüssel das war ein finischer aber kurz mal das herstellen da da ich so mindestens meine zombie hier habe da 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 mehr ist es auch jetzt hier nicht außer der stockwerk höher vielleicht auch nichts auch nichts wo der hose hier und die anderen beiden hängen da oben okay was musst du okay es war nur die beiden meine zombies gewesen ich als punkte habe ich nichts gut also das wird ein paar knifflige folgen sein aber da war ich auch schon man das einzige glaube ich war ich glaube ich nichts diese ecke hier und paar grünen lagerhäuser immer schnell reiten und da war ich auch glaube ich noch nicht in diese blaue lagerhalle hoi aber sieht mal zumindest gut aus da war ich da auch noch nicht rum war in diese blaue lage aus aber wie komme ich jetzt hier durch dann die möglichkeit wirklich hier durch die einzigste wirklich der einzigste möglichkeit hinzulaufen da gehe ich mal da durch weil es schneller geht etwas schneller hau du schwarzwolfer immer gut gut gefällt mir ja 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 Oh yeah, das geht da genau. Und das war es auch im Endeffekt hier. Ui, da waren die auch ordentlich unterwegs hier und das war es im Endeffekt. Da war ich auch jetzt noch nicht, aber wir checken mal eh alle Lagerhäuser mal ab. Da kommen wir eh nicht rein. Im Weißlagerhaus da waren wir auch recht wenig. Da waren wir schon, oben waren wir auch schon, außer da hinten. Und die paar Grünen waren wir auch jetzt noch nicht. Aber wir gehen erstmal in den Weiß, einer von den meisten Lagerhäuser. Das ist glaube ich hier, Obergebäude. Orange waren wir auch noch nie drin gewesen. So, schauen wir mal, wie weit. Da noch Ratten. Oh ja ja. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das heißt, haben wir eine bestimmte Anzahl von Zombies getötet. Das war jetzt ordentlich viele Bücher gewesen. So muss es laufen. So, schauen wir mal, was ich da bekomme. So, Theo oder Petrus sollte ein Messerchen... So geht's am schnellsten. Wiederbeleben. Und wiederbeleben. Kommt mit, meine Leute, Zombie-Bots. Und wiederbeleben. Und wiederbeleben. Und wiederbeleben. Und wiederbeleben. Und wiederbeleben. Oh. 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 einer von den meisten war es hier irgendwo so tranzer verstärker es ist ein Linker und was machen die anderen beiden aber auch jetzt hier drin gewesen da hoffe ich war mir auch jetzt noch nicht drin ja mal Zeit mehr zu sagen ob ich da kann ich auch schon benutzen und ich 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 also mal lieber fangen ich 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 auch ich 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 kommt da nirgends wohl oh ja da war ja noch nicht alle blau dachte ich schon habe ich schon den aber sieht doch nicht so aus dass ich jetzt hatte es Warte ich komm dann nirgends. Nirgends. Oben kann ich auch nirgendswo hochklettern. Aber wir kehren jetzt zurück in den Unterstupf. Da haben wir jetzt einiges rausgeholt jetzt hier. Da will ich auch noch reingehen. Aber wir machen das in der nächsten Folge Leute. Also wir gehen jetzt zur Camp zurück und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wieder. Bei der Weichen dauernd. Und das heißt wir sehen uns bei der nächsten Folge Leute. Bis demnächst.